Es war eine Zeit großer Abenteuer und Gefahren. Als Ausgestoßener durchstreift ein Illager das Land und sucht ein Zuhause. Doch er fand nichts als Hass. Getrieben von der Wut auf all seine Peiniger, wanderte er ziellos in der Welt umher. Doch nach langer Suche fand der Illager etwas, das alles veränderte. Die Kugel der Dominanz. Vom Bösen verdorben, von Rache getrieben unterwarf der Erz Illager alle anderen. Wer sich nicht unterwarf, der sollte leiden. Die Illager plünderten das Land. Wer würde den Mut, die Herzensgüte haben, sich der Herrschaft des Erz Illagers entgegenzustellen? Nun, er wohl nicht. Doch vielleicht... Du! Ja, und somit herzlich willkommen zu meine Kraft Dungeon. Ja, mal schauen. Ähm, was nimm bitte mal, was nimm bitte mal. Welcher Charakter würde zu mir passen? Also... Ach, die kann man erst... Das sind DSC's, die muss ich zukaufen. Ah. Okay. So eine Eskimo-Variante? Was ist das? Kann man ihn drehen? Ne, man kann nicht drehen. Nein, man kann ihn nicht drehen. Schade. Wer sind wir hier? Der sieht ganz nett aus. Dass. Ähm, 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 ähm. Warte echt? Ne. Ja, aber nicht. Tut, tut, tut. Ein bisschen unerschlossen. Es ist halt nicht so einfach... über den hier keine lade die frei beantwortet haben ja gut die nehmen hache wechseln online spielen diese zwei oder mehr kontrolle an um den lokalen mehr spieler muss es gibt nur online auf land spielen ich würde auf mit der fx versuchungen bei doing halt einstellen muss kann man einstellen Schauen wir mal meine Einstellungen nach, Spiel, Controller, Tastenbelegung, das ist alles Maus, die Maus sagt, ja, ich hoffe, Daumen testen, Teleportieren, das ist F1, sein Freund Teleportiert, F2, ich habe kein Fabian allein, vollständig Karte, Winteröffnung, okay. Teleportieren, sein Freund Teleportieren, okay. Audio, da muss man mal ganz klar was einstellen, nämlich die Musik muss leiser sein. So, Musik ja, aber leiser. Spielautomale Stromschatten, nein. So, anwenden. So, Bildschirm, Grafik. Tolle Grafik, erstmögliche Grafik, auf volle Leistung, volle Leistung, schnell, ausgeglichen, tolle Grafik, erstmögliche Grafik, ob das geht, wenden. Steht nur bei der Erweiterung der Grafikkeinstellung, Vowsing, FS, wir können zwar mit Kantenklettung hoch, aber Kantenklettung, äh, wir brauchen eine Kantenklettung. Äh, ich weiß es nicht, Schattenklettung, müssen wir mal gucken. Ich glaube, man braucht keine kleinen FPS-Anzeigen, nö, Vowsing. Schauen wir mal, ob das geht. So. Alles klar. Sieht doch noch gut aus. Alles klar, dann starten wir das Spiel. Okay, ich habe keine Ahnung, ich starte das Spiel zum ersten Mal. Reise nach Tintenfischküste. Tintenfischküste, okay. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich. Die Dorfbewohner brauchen dich. Okay, dann schauen wir mal, wie es hier so funktioniert. Äh, um, ja so, umherbewegen. Ich versuche hier etwas, die Beine zu vertreten. Ich kann noch mal, ich kann nicht ranzoomen, finde das Ziel. Okay. Hau ich noch kleiner weg. Schon dabei bin. Äh, tüte den Zombie. Das habe ich schon getan. Das ist noch mehr Zombies hier. Geht nicht. Ich höre den Zombie. Sie haben ja, welchen Zombie habe ich doch. Ach, klar dann. Ich habe doch noch einen Zombie. Zombie. Zack. Ich hole nicht nur einen Zombie. Okay. Das Skelett, wo? Sind sie weg? Da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Wenn der Bogen schießt, auf das Skelett. Hm. Beide sind bekannt. Also, machen sie also wieder. So. Oh, heiß, heiß, heiß. Okay. Also Feuer reinlaufen ist nicht so schlau. Okay, das ist ein aber netter Pfeil, wenn mir die Licht zeigt. Oh, nicht jetzt. ok was wir das merken ms karte ist um heilen okay wie es im winter okay auch noch nicht so viel okay so ein bisschen diablo ein bisschen aber ein bisschen schlichter okay ja für zwei bin ich jetzt okay so viel schwer darauf dass ich werde es auch machen das ist zu teuer das andere auch wenn du das nächste ist das schwert und dann was so hat der faktor dahinter ok hat er könnte einsetzen jetzt muss ich doch jetzt nicht einsetzen und das ist jetzt einsetzen wir kommen darüber es war das geht es ist ein kompliziert tritt kann man nur an geschichtige umlaufen hacken das lane und ein kassier das ist das wunderbar das läuft wahrscheinlich ist keine da ist es zuschaut so erreiche ein lager außerhalb der stadt so bekommt es die dorfbewohner nicht rechtzeitig retten aber verzage nicht sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen helden so 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 Untertitelung des ZDF, 2020